ganz herzlich zu seinem heutigen Geburtstag gratulieren möchte. Herzlichen Glückwunsch. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! In den letzten Monaten habe ich mich gemeinsam mit vielen betroffenen Menschen gefragt, wann endlich die versprochenen Verbesserungen bei der medizinischen Verwendung von Cannabis nun auch im Bundestag beschlossen werden. Wenn Sie die Beschlussfassung absichtlich auf den heutigen Tag gelegt haben, um meinen langen Kampf für dieses Thema zu würdigen, dann ist das eine nette Geste, aber mit Blick auf die Betroffenen etwas übertrieben. Aber im Ernst, ein paar ernste Worte müssen wir bei dem Thema schon auch wechseln, denn die bisherige Rechtslage war mit ihren bürokratischen Hürden und Kostenhindernissen mit Blick auf den Leidensweg vieler betroffener Patienten fatal. Was da über Jahre hinweg stattfand, war aus meiner Sicht moralisch gesehen unterlassene Hilfeleistung durch den Staat. Nur wenige hundert Patienten durchdrangen die Bürokratiehürden bis zu einer offiziellen Genehmigung, und wer das geschafft hatte, scheiterte sehr oft an den Kosten, die ihm keine Kasse erstattete. Wenn wir das heute ändern, sollte unser Dank denen gelten, die mit gerichtlichen Klagen, Petitionen, vielen Initiativen zur Meinungsbildung in der Öffentlichkeit und auch hier im Bundestag beigetragen haben. Bevor ich zu einigen inhaltlichen Aspekten komme, möchte ich aber auch etwas zum Gesundheitsausschuss des Bundestages sagen. Ich möchte bestätigen, in dieser Legislatur wurde sich erstmals intensiv mit dieser Thematik richtig fachlich auseinandergesetzt. Dafür möchte ich auch allen ganz herzlich danken. Jetzt liegt ein Ergebnis vor, das in vielen Punkten dem Antrag meiner Fraktion entspricht und mir, im Gegensatz zu der Arbeit im Innenausschuss, relativ wenig Spielraum zu meckern lässt. Die Änderungsanträge der Regierungskoalition auch noch nach der Einbringung beweisen, dass man eben nicht nur zu einem Richtungswechsel gezwungen wurde, sondern dass man tatsächlich die ehrliche Absicht hatte, die Situation vieler Patienten zu verbessern. Die komplizierte Genehmigungspraxis wurde abgeschafft, die Erstattungsfähigkeit der Kosten geregelt, die Abhängigkeit vom Import wurde verringert, was sich auch auf die Preisentwicklung positiv auswirken kann. Dadurch wurde auch das Problem von Versorgungsängstpässen verringert und, ganz wichtig, die Entscheidungsfreiheit zwischen Arzt und Patient wurde gestärkt. Das ist alles klasse und dafür auch noch einmal Dankeschön. Ich hoffe aber auch, und ich habe der Staatssekretärin genau zugehört, dass wir weiter an dem Thema dranbleiben. Eine wissenschaftliche Begleiterhebung in der medizinischen Praxis ist zwar wichtig, kann aber noch nicht alles sein. Die dafür von Ihnen veranschlagten 850.000 Euro reichen eben hinten und vorne nicht. Sie beklagen selbst, dass der Wissensstand zum medizinischen Nutzen von Cannabis noch nicht allzu hoch ist, habe ich auch im Gesundheitsausschuss gehört. Wenn die Linke aber Haushaltsanträge zur Finanzierung klinischer Forschung stellt, lehnen Sie das regelmäßig ab, auch wenn das den Kollegen bei der SPD immer sehr schwerfällt, wie ich gesehen habe. Ein höherer Nutzen ergibt sich durch mehr Wissen, meine Damen und Herren, und das bedingt Investitionen eben in dieses Wissen. Lassen Sie uns doch darüber auch bei den nächsten Haushaltsverhandlungen reden. Und noch ein Punkt. Die neuen Regelungen betreffen ja erst einmal nur schwer kranke Patienten. Die Entscheidungsfreiheit des Arztes ist auf diesen Personenkreis beschränkt. Sie wissen es selbst, meine Damen und Herren, es gibt Menschen in unserem Land, denen wäre Cannabis als Genussmittel völlig egal. Aber als Medizin, auch im niederschwelligen Bereich, fänden Sie es sehr interessant. Immer vorausgesetzt, es gibt die Möglichkeit, unter fachkundiger Beratung und Hilfe dies zeitlich begrenzt nutzen zu können. Und diese Möglichkeit sollten wir in Zukunft zumindest in gemeinsamer Debatte weiter ausloten. Nicht jeder möchte die große Palette kleiner, bunter Schmerzpillen austesten, sondern lieber auf natürliche Substanzen wie Cannabis setzen. Und zum Schluss möchte ich auch hier im Plenum einen mir sehr wichtigen Aspekt ansprechen. In der gestrigen Sitzung des Gesundheitsausschusses habe ich noch einmal die Führerscheinpraxis für medizinische Verwender von Cannabis angesprochen. Es mag ja stimmen, dass die rechtlichen Regelungen es ermöglichen, bei sachgemäßer Anwendung im Besitz des Führerscheins zu bleiben als medizinischer Verwender. In der Praxis ist es aber oft nicht so. Es fehlen geeignete Testmethoden, um in der polizeilichen Kontrolle wörtlich festzustellen, ob jemand im Rausch gefahren ist. Oft fehlt es auch Polizeibeamten ganz einfach an der Akzeptanz der medizinischen Verwendung von Cannabis. Und wir haben so einige Fälle von aktuellen Erlaubnisinhabern, deren eigenen zum Führen eines Fahrzeuges gerade infrage gestellt wird, eben weil sie medizinische Verwender sind. Wenn jemand durch die Therapie wieder arbeiten könnte, aber durch die Therapie den Führerschein und damit auch wieder den Arbeitsplatz verliert, macht das Ganze eben nicht viel Sinn. Deswegen freuen wir uns heute erst einmal über diesen Gesetzesbeschluss. Aber wir wissen, wir werden weiter diskutieren müssen. Und so, wie wir in der Vergangenheit zusammengearbeitet werden, wird das auch gut und früchtebringend stattfinden. Dankeschön. Vielen Dank. Für die SPD spricht jetzt Hilde Martais. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.